ich bin salamu alaikum meine lieben freunde der sonne ich hoffe euch da draußen geht es allen gut heute mal kein toast aus der hölle sondern einen dürren mit suju aus der hölle nicht zu empfehlen wenn ihr mit einer perle raus geht auf keinen fall als knoblachwurst plus halbe zwiebel drinnen und tomaten mit ketchup und mayo eingewickelt in dem brot aufgewärmt in der toastmaschine freunde was sich hier drin befindet ist vorbrow eistee kogni deshalb wir sehen heute ein video mit vorbrow eistee in der bowl statt wasser nein spaß aber ich dachte mit aydan statt wasser in der bowl aber krank das video mit den 24 stunden langer kam mega beschissen an digga es ist so scharf es schmeckt einfach nicht dieser mundi gerade mit dem ganzen zibius und knoblauch anders krank digga anders krank und zwar freunde ich habe mir ganz viel aydan da und ich würde sagen wir gehen gleich mal zur sache und befüllen meine shisha mit aydan eins muss ich echt sagen und ihr habt auf meine red bootstab wasser video 468 kommentare abgeliefert 468 kommentare ihr seid behindert krank und warum wir heute iron nehmen ist weil der lukas m geschieben hat iron in der bowl wäre wild 183 likes lukas wirklich spitze klasse weiter so gering jungen so wie ihr dich sehen jungen jawoll man wenn sie die fußballträne und dann beim spieler abpasst du auf den sender auf der ist schneller wie der ronaldo super medium gibt gas auf geht's jawohl was passiert hier wieder nur scheiße digga und zwar friends ich würde sagen ich hole jetzt wieder meinen tisch her äh befüllen meine vuka mit den iron mit der iron müssen wir echt schon mit der vuka machen weil das ist schon wirklich so eine sache digga was mich echt interessiert was wir an tabak rauchen weiß ich nicht wie meine seiten rausstehen weiß ich gerade auch nicht aber ich gehe heute auf jeden fall zum friseur beziehungsweise freund kommt zu mir und schaltet mir die haare danke merkel und zwar hier ist wieder die leere bowl und ich würde sagen wir fangen jetzt gleich mal an den ersten iron einzuschütten digga wallah iron packe ich nur zu einem dünner oder zu lahmacun oder irgendwie zu einem iskender kebab aber nicht am morgen einfach so wallah Freunde das ist so dickflüssig gell es ist so dickflüssig oh es ist behindert geil es ist behindert geil rein im von diesen experimenten Freunde, es riecht ganz anders, als wenn man es trinkt, also ich finde es behindert geil. Ich würde sagen, wir rauchen zum Ei ran, einmal Eiwache Minze, ich finde, dass dieser Tabak immer sehr dick ist, also der muss auf jeden Fall immer dünner geschnitten werden, kleiner, da gehe ich immer mit der Schere dann so neige und dann schneide ich einfach so, ob ihr mir glaubt oder nicht, es bringt echt was. Das dauert zwar übelst lang, aber es bringt halt echt was. Freunde, der schaut jetzt schon viel besser aus. Dieses Mal haben wir den Kopf so gebaut, so schaut er nämlich von der Seite aus, so von oben. Freunde, ich würde sagen, wir bauen mal den Kopf zusammen hin, Alter, ist das kalt an meiner Wii. Das beherrscht hier gar nicht bei der mit dem Clip-System, echt. Das f*** mich, ich sollte doch lieber die ohne nehmen, aber das wäre dann ohne Schliff, glaube ich. Ja, sick demon, ja. Freunde, ich würde sagen, wir machen mal einen Testzug, nur mit Iron in der Bowl. Okay, es geht. Diesmal darf ich ja echt nicht so ein Gesicht verziehen oder so. Es geht, es geht. Besser auf jeden Fall mit Red Bull und so. Also, Freunde, der Kopf ist jetzt an. Wow, 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 ganz langsam, my friend. Oh, warte mal kurz. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den ersten Zug. Ey, ich brauche was zu trinken, Digga, sonst nicht, dass ich hier verrecke. Ich nehme mal einen Red Bull White zu uns. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck. Und jetzt gib ihm, Digga, ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt schmeckt. Balla, Billa. Uh, damn, Digga. Was geht jetzt ab, Alter? Balla, geht voll fit, Freunde. Aber warum geht das so fit? Freunde, ich hätte es echt schlimmer erwartet. Wirklich. Ich spüre zwar den Mentholen etwas schwächer, wie der im Hals nur Homo an dieser Stelle, aber er schmeckt echt gut, man. Zieht auch ganz normal. Hör was sagen, Freunde. Ich sag euch ehrlich, ich schmecke die Eier mehr als die Münze. Es ist einfach Eierangeschmack. Plus, mein Mund wird richtig trocken, Digga. Tschau. Tschau, jetzt ist es richtig nass. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Aber da schafft man es einfach ein Eihörnchen lang. Uh. Aber eins muss ich sagen, Freunde, sobald irgendwas in dem Bowl ist, ist die Rochentwicklung leider ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach. Obwohl es mit dem dickflüssigen Eierang da unten etwas dichter sein sollte. Tschau, Freunde. Zieht ihr das? Meine Lippen sind einfach trocken, meinen Mund auch. Ich brauche nur noch was zu trinken. Ich brauche immer so ein Gesprächsthema, dass meine Videos auf die 8 Minuten kommen, weil, wie ihr wisst, arbeite ich ja nicht mehr und mache jetzt YouTube derzeit. Und da fragen mich immer sehr viele, wie kannst du das jetzt leisten? Wie läuft das ab? Ja, Freunde, ist es auf jeden Fall schwerer, wie wenn ich arbeiten würde? Das stimmt, ja. Das Ding ist aber einfach, ich habe einfach mehr Zeit für mich. Ich kann mir selber etwas aufbauen, was mir Spaß macht, was in der Zukunft vielleicht sogar mehr Geld bringen wird, als mein vorheriger Job. Davor habe ich gearbeitet in einem Handyladen bei O2 als Store-Manager hier bei uns in der Umgebung. Freunde, und ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Luzis richtig gut wäre, richtig geil wäre, aber so viel Unterschied macht das nicht zu dem, was ich davor hatte. Ich bin euch ehrlich, 60 Euro für den Luzis ist zu viel, meiner Meinung nach. Ich habe es mir halt nur geholt für den Flexing. Aber ansonsten mit der VUCA so selber bin ich echt zufrieden. Meiner Meinung nach eine sehr schöne Pfeife. Der einzige Nachteil bei diesem VUCA ist halt, wenn du den Film ansiehst, hör dir mal das an. Du verstehst einfach nichts von einem Film. Wenn der Film läuft, du willst Netflix einen Chill machen, einfach VUCA sagt nein. Er sagt einfach nein, Bro. Er sagt nein, heute nicht. Also er schmeckt wirklich nach Iran. 100% safe nach Iran, Digga. Geil, eigentlich echt geil. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch solche Arten meiner Videos gefallen, dann gebt auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare oder mir auf Instagram, mit was ich das Ganze noch experimentieren soll. Macht es gut, euer Binnie, Amara Chachtnip. Und jetzt muss ich kurz wieder Fax verschieben, kurz auf 8 Minuten zu strecken. Und dann, Spaß, nein, nein, warte, ich nehme es zurück, Digga. Peace, macht es gut, ich liebe euch, Friends. Ciao. Ciao. Baby, ich bin in die lege, ich bin in die mese, 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht.